Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die am Wochenende Rapper Box von Weekend. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Am Wochenende Rapper von Weekend, das Ganze aus dem Jahr 2013, so sieht das aus. Wir haben hier den Interpreten Weekend hinter so einem Vorhang hervorsehen, also sieht so aus, als wüsste er nicht so ganz, ob er schon rauskommen soll oder irgendwie auf seinen Einsatz wartend. Und dann lesen wir hier noch Weekend am Wochenende Rapper Limited Edition, das Ganze in weiß und dann haben wir auch rundherum einen weißen Rahmen. Ansonsten hier komplett in weiß die Box, auf der linken Seite lesen wir noch Weekend am Wochenende Rapper Limited Edition und dann haben wir hier oben noch einen Sticker mit einem Barcode. Können wir natürlich hier abnehmen. Auf der Rückseite haben wir auch noch einmal einen Barcode und dann haben wir hier die Tracklist und zwar haben wir 15 Tracks an der Zahl, plus drei Bonus Tracks und allen Instrumentals. Credits haben wir auch noch und das Ganze hier hinten auch wieder in dieser dunkelroten Vorhangoptik gestaltet mit weißem Rahmen rundherum. Gut, das Ganze in reguläre Clubbox geht dann hier auf und dann haben wir hier einmal ein Shirt, diverse Sticker, das Album an sich und die Bonus Tracks inklusive Instrumentals. Von innen die Box glatt weiß und wir haben hier noch so einen Einleger, in dem das Album befestigt war. So, machen wir die Box mal zur Seite. Nachdem hier bis auf das Shirt schon alles aus der Folie ist, machen wir das Shirt auch noch schnell raus. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Weekend am Wochenende Rapper lesen wir auch hier, also das Cover genau wie auch schon das Boxcover designt. Das Ganze kommt in einem Standard-Jule Case. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Weekend am Wochenende Rapper. Ich hoffe, man kann das lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 15 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Edgar Wasser, MK oder MK und Dobbo, muss ich ehrlich sagen, die beiden kenne ich nicht. Mach One und Lackmann. Und auch hier wieder Credits und Barcode. So, dann schauen wir mal ins Booklet. So, am Wochenende Rapper. Dann haben wir hier einmal den Interpreten abgebildet in schwarz und weiß. Und dann haben wir hier die ersten Texte. Und zwar haben wir hier den Track zurück dahin. Abgedruckt, Wort für Wort. Jawohl. Und das zieht sich jetzt auch hier durchs komplette Booklet. Das bedeutet, wir haben hier wirklich jeden Track Wort für Wort abgedruckt. Das gefällt mir gut. Zum Nachlesen, zum Mitrappen gut geeignet. Und dann haben wir hier, das dürften diverse Reihen sein hier in diesem Theater. Also die hier auf die Bühne schauen. Sieht so aus. Hier sogar Weekend persönlich Platz genommen im Publikumsbereich. Weitere Aufnahmen und weitere Track-Texte. Hier etwas mühsam zu lesen, da das Ganze hier in schwarz-weiß fotografiert ist. Das Ganze buckele durch und dann die Texte immer in weiß gehalten. Weitere Texte, weitere Texte. Also ein sehr umfangreiches Booklet, dem Umstand geschuldet, dass hier wirklich jede Menge Text ist. Also ihr seht selbst, die Tracks hier haben echt eine Menge Text. So, dann haben wir hier zum Abschluss noch eine Danksagung, die sich hier auch auf zwei Seiten zieht. Beziehungsweise hier sind dann mehr Infos etc. und Credits. Und hier nochmal das Weekend zum Abschluss. Und dann haben wir hier die Rückseite des Vorhangs. Und wie ich am Anfang vermutet habe, es sieht wirklich so aus, also Weekend hier noch in Boxershorts. Also es sieht wirklich so aus, als wäre er noch nicht bereit aufzutreten. So ein nervöser Blick, ob schon Leute da sind. Und wie wir jetzt, also rein vom Booklet her sehen konnten, sind die Zuschauer noch nicht da. Wenn überhaupt welche kommen, der Publikumsbereich noch gähnend leer. Ja, und dann hier noch Weekend am Rasieren, beziehungsweise am Bügeln seiner Jeans. Oder, ja, oh ja, das ist eindeutig eine Jeans. Okay, dann haben wir die CD an sich. Diese sieht so aus, als auch hier wieder die leeren Stühle. Weekend am Wochenende Rapper. Und die Rückseite auch hier wieder in dunkelrot in dieser Vorhangoptik gehalten. Dann haben wir zusätzlich eine CD und diese beinhaltet Bonus Tracks und Instrumentals. Auch hier sehen wir wieder Weekend, allerdings auf der Bühne sitzend. Und zwar haben wir hier drei Bonus Tracks. Einen Solo Track, zwei mit Features, Battleboy Basti und Donetazi. Also bis auf Battleboy Basti sind diese Leute kein Begriff. Und dann haben wir noch 15 Instrumentals zum Album. Und auch hier wieder die leeren Stühle zu sehen. Das Ganze kommt in einer Papphülle, in einem Digi-Sleeve. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Und zwar haben wir hier einmal den Sticker I Love Wochenende im Hochformat. So sieht das aus. Dann Schatz, du Arschloch in Rot und Weiß, ebenfalls im Hochformat. Und FCKWKND, also Stiftung für Fuck Weekend stehen. Und das sieht aus wie eine zerbrochene Brille. Und hier lesen wir auch wieder Weekend am Wochenende Rapper. Also drei Sticker von der Größe her, so ungefähr Postkartenformat im Hochformat jeweils. Und dann haben wir noch einen Flyer, ein Kärtchen mit dabei. Auch hier wieder das Cover im Hochformat abgebildet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tourdates zu jeden Tag Wochenende, beziehungsweise zur Weekend Tour 2013. Also das waren damals die Dates. Und wie so oft haben wir als letzten Boxinhalt noch ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das Shirt so aus. Weekend am Wochenende Rapper. Wir haben hier in quadratischer Form so ganz viele Punkte. Und dann eben eine Sonnenbrille zu sehen. Und dann eben der Schriftzug. Nickprint haben wir keinen. Und das Shirt ansonsten in weiß gehalten. Gut, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir haben hier ein weißes Shirt mit dem schwarzen Aufdruck Weekend am Wochenende Rapper. Hier so in Bauchhöhe. Darüber dann die Sonnenbrille, das mehr oder weniger Markenzeichen von Weekend. Und das Ganze hier in diesen schwarzen Pünktchen, in dieser schwarz gepunkteten Optik gehalten. Ich so im Design ja echt mal was anderes. Habe ich so noch nicht gesehen in der Deutschrapbox. Allerdings muss ich sagen, diese Sonnenbrille und der Schriftzug ist mir jetzt etwas zu wenig oder zu simpel gehalten. Also ich werde dieses T-Shirt eher nicht tragen. Auch wenn es vom Design ja echt mal was anderes ist. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Und was ich vorhin ja ganz vergessen habe, ist zu schauen, womit wir es so tun haben. Und zwar ein Gildan Soft Style in der Größe L. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Zusätzlich zu diesem T-Shirt haben wir dann noch einmal den Tourflyer. Sehe ich jetzt nicht, wie geht das Boxen halt, aber er ist nun mal dabei. Drei Sticker, jeweils im Hochformat. Die drei Bonus Tracks inklusive Instrumentals. Diese kommen in diesem Pappeinleger, also in diesem Diggy Sleeve. Und natürlich das Album an sich am Wochenende Rapper. Das alles in dieser wunderbaren Box am Wochenende Rapper von Weekend. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Weekend unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war es für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.